Herzlich Willkommen aus Ebmatt, einem Ortsteil der Gemeinde Eichigt im Vogtlandkreis im Bundesland Sachsen. Wir sind unterwegs in Richtung Süden. Wir kommen von Eichigt und fahren den Ort in Richtung Süden durch. Vor uns befindet sich bereits die Landesgrenze. Wir verlassen gleich Deutschland. Das ist die Grenze zur Tschechischen Republik. Das heißt, der Ort befindet sich unmittelbar an der Grenze. Ein schönes altes Holzhaus links. Hier ist der Ort zu Ende. Und hier irgendwo müsste dann auch schon die Landesgrenze zu Tschechien sein. Ich verabschiede mich erstmal. Ich verabschiede mich nochmal.